Willkommen bei Train Simworld 2, einer immersiven und hochdetaillierten Eisenbahn-Simulation mit authentischen Strecken und Zügen aus aller Welt. Sie haben Aktionspunkte erhalten. Diese werden oben rechts auf dem Bildschirm angezeigt und zu ihrer Gesamterfahrung hinzugezählt. Neben dem Fahren von Zügen gibt es einige Dinge, die zu Fuß erledigt werden müssen. Versuchen Sie sich jetzt zu bewegen. Dies ist eine von vielen Nebenaufgaben. Sie werden viel Zeit mit... Dieser Zug ist bereit für die Abfahrt. Bewegen Sie den... Die Abfahrt Dieser Teil, der Isle of Wight, verläuft über rund 10 Meilen und betreibt Pendlerverkehr zwischen Wright Pier Head und Shanklin. Dieser Triebzug ist der BR Class 484 Elektro-Triebzug und besteht aus zwei Wagen. Drain Simworld 2 bietet Ihnen bei der Fahrt eine Auswahl an verschiedenen Kameraansichten. Werfen wir jetzt einen Blick darauf, während wir diesen Zug erkunden. Sie haben hier nur ein kleines Gebiet gesehen. Schauen wir, was es sonst noch zu entdecken gibt. Der Kuss wird's aus. Der Kuss wird überquitend. Der Kuss wurde überwenden,épendobre. Werfen wir uns noch an, die Fahrt ein, die Fahrt, überwenden, oder die Fahrtmüchar mit10 kmh. Der Kuss wird überwenden, ein kleines Gebiet gesehen. Der Kuss wird überwenden, wie ein Square. Deinemblü элект, die Arbeit für die Fahrt, überwenden, in der Kuss werden. Der Kuss wird überwenden, die Fahrt. Der Kuss wird überwenden, die Fahrt, überwenden. Vielen Dank.